die hat doch nicht mehr die ja nicht mehr dingsbums wie vorher zur ursprung des nekromanten könnte ich auch noch machen da bekomme ich auch geilere okay komm ursprung des nekromanten machen wir noch rein da leute rein da 476 haben aktuell das ist wahrscheinlich der endgegner boss ne okay dann haben die diesen chaos dann schon quasi gezweteilt noch eine baden Okay. Okay, okay, okay. Der erste Boss. Okay, der ist auf jeden Fall der ähnliche Mechanik. Ich habe gerade irgendeinen Buff bekommen. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, ich habe schon vier Dots bekommen. Ich glaube, das ist nicht gut. Das war mein Fünfter. Okay. Okay. Okay, also darf ich keinen Debuff bekommen. Okay. Okay. Also weg von ihm. Das war der erste. Das war der zweite. Scheiße ey, das war der dritte. Das war der vierte. Aber da kann ich ja gar nichts gegen machen, oder? Okay, wir scheitern alle. Okay, okay, okay. Das war der dritte. 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 das traut sich halt keiner mehr an den rand wie bekomme ich denn jetzt bitte den zweiten das war mein dritter das war mein vierter das war mein dritter wir können zumindest heilen das war mein dritter 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 ich verstehe das waren jetzt schon deutlich bessere mechanics die man da machen musste sind auf jeden fall ein bisschen anspruchsvoller so Okay, 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 let's go And boss when the boss dies He used either red or white explosion Okay Wenn wir also hier verkacken Dann kommt er komplett wieder Okay 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 Das war's für heute. Ja, dann müssen wir definitiv an ihn ran. Okay. Okay. Okay, muss ich da einfach weg oder was? Habe ich nicht ganz verstanden. Wir bleiben einfach weg von ihm. Ganz einfach. So, wir machen den Dieb auch auf ihn drauf und dann verschwinden wir hier wieder. Okay. 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 Okay, okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Okay, weiß. Okay. Hat das jetzt funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich meine, er kommt nicht mehr voll Leben zurück, aber er kommt halt zurück. Okay. 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 Das war's für heute. wir schwächen ihn auf jeden fall aber ob das richtig ist kann ich noch nicht sagen nein ok sehr gut sehr sehr gut ok leider sehr cool zweiter chaos dungeon abgrund redner zweiter abgrund red erfolgreich bestanden ok sehr cool was bin ich kämpfer zugefügter schaden ok danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge tschau tschau ok ok Vielen Dank.